Hey! Hey! Was machst du? Ich muss zu dem da drüben. Du bist aber spät dran. Ich bin spät dran, weil ich keine Uhr habe. In Ordnung. Dann geh. Warte! Du siehst mir zu gesund aus. Vielleicht bist du ein Partisan. Partisan? Sehen Sie nicht, dass ich Jude bin? Es gibt auch jüdische Partisanen. Sie halten mich wirklich von meiner Arbeit ab. Hör mal, bitte! Sie werden einen Helfen an Aue dabei. Hör mal, bitte! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er bietet Ihnen was zu trinken. Ja, du versuchst mich zu bestechen! Nein, nein, nein! Versuch sie nicht zu beschützen! Doch! Los, mitkommen! Alle beide! Alle beide mitkommen! D schreit ich nicht in die Beobachtung. Ich bin eini! Ich bin eini! Ich bin eini!